Es ist eine Motivation, eine große Motivation und etwas Besonderes. Es ist sehr cool, zu sehen, wie er es auf den Beinen stellt. Es ist eine grosse Ehre für mich, dabei zu sein. Es ist sehr wichtig, denn es wird mir ein bisschen bekannt. Die Medien werden darüber schreiben. Es ist ein Jahr J, wo man sich auf die Welt aligner muss, um wirklich aufzunehmen zu sein. Der Maillot de Jampons du Monde ist der größte Maillot. Das ist ein Maillot, das jeder Fahrer trägt. Es ist unglaublich, es ist ein Arc-en-Ciel. Das ist der größte Maillot, das man im Ploton kann. Ich denke, der Kurs in Martigny ist sehr selektiv. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Innsbruck im letzten Jahr. Der Kurs in Martigny ist wirklich exigend. Es ist für pure Grimpeurs, die auch wissen, dass die Résistance nach 200 Kilometern haben. In Florenz war die Stürze. Ich habe das noch im Kopf, wo Fahrer gestürzt sind, wo eigentlich nicht in der Kurve, sondern im Geradeausfahrer gestürzt sind. Es ist auch ein sehr guter Erinnerung, zu sehen, dass die Römer der Welt zu sehen. Es ist ein Römer, zu sehen, als ich als Kind war, mit meinen Eltern. Ich erinnere mich, die Römer der Welt zu sehen, in der Kolumbien, die in 1996 oder 1994. Das ist auch ein sehr guter Erinnerung. Das sind meine ersten Erinnerung, zu sehen, die Römer der Kurs in der Telefon.